So, einen wunderschönen guten Morgen aus Düsseldorf. Heute bin ich auf der Gallery. Die Gallery geht jetzt die nächsten drei Tage bis zum Dienstag, also von Sonntag bis Dienstag. Die Gallery ist eine internationale Schuhausstellung. Hier sind 500 Marken mit 350 Ausstellern vertreten aus 20 Ländern. Und da dürfen wir natürlich von Schuhplus auch nicht fehlen. So, ich laufe hier schon einmal lang. Es gibt mir so einen kleinen Messe-Eindruck, gewinnt man hier jetzt schon mal. Da drüben ist so eine Halle. Da hinten, da kommt Siuk schon mit einem großen Stand und da vorne der Eingang. Ja, von daher werde ich mich jetzt einfach hier mal ins Messe-Getümmel stürzen und mal schauen, was ist da? Ist meine Eintrittskarte? Habe ich hier. Ist heute nur ein Blatt Papier. Alle anderen haben so einen schicken Ausdruck bekommen. Ich habe mich online registriert, da kriegt man nur ein Papier. Und dann ist es das eigentlich schon gewesen. Das muss man in jeder Halle irgendwie vorzeigen. Von daher laufe ich da jetzt einfach erst mal durch. Und mal gucken, hier ist schon der erste Herr, der mich, oder die erste Dame, die mich abscannen möchte. Ne, die möchte ich nur weiter scannen. So, die erste Schranke habe ich schon passiert. So, beim Gucken. Hier vorne sind jetzt aber freundliche Damen und Herren. Vielleicht wird gleich auf vielen Stellen gescannt. So, vielen Dank. So, und da bin ich jetzt auch schon richtig hier im Getümmel. Man sieht, das ist eine alte Industriehalle. Das ist so ein richtig, richtig cooler Charakter, den man hier hat. Und ja, hier hat man schon mal einen ersten Überblick über die große Messe hier. Das ist jetzt die erste Halle, durch die ich mich durcharbeite. Wie gesagt, 500 Marken, 350 Hersteller. Von daher schaue ich einfach mal, was ich Schönes für uns entdecken kann. Natürlich sind dort altbekannte Marken von uns da. Aber vielleicht entdecke ich ja auch irgendwie etwas Neues. Also, ich freue mich auf eine richtig tolle Messe. Und werde natürlich fleißig von dort berichten. Bis dann.